moin zusammen hier seglinde sorglos mach mal schnell ein video weil ich bin so fast gerade auf die schnauze gefallen weil spiegel glatt ist hier mein lieber schwan und alle laternen sind dunkel wenn ich hier gegenüber nicht eine firma hätte hier eine notbeleuchtung an hat dann würde ich hier kein finger vor der hände sind guck mal da in die andere richtung hier ist stockduster weil ich nicht verstehe und weil ich auch nicht verstehe könnte doch mal gestreut sein hier irgendwie keine ahnung also nicht zu glauben spiegel glatt hier und stockduster guckt hinter mir die straße alle laternen aus das soll jetzt keine direkte beschwerde sein aber ich verstehe das irgendwo nicht keine ahnung wir haben doch den strom bezahlt naja liebe grüße eure seglinde sorglos ja sorry aber vielleicht versteht mich manch einer ein bisschen tschüss